ja beim dino habe ich jedenfalls keine angst mag ich gerade waren das dino eier die ich dazu erlegt habe komm her das hat keinen schaden das hatte ich hier doch umgebracht das hat dich umgebracht ok ich glaube ok wir müssen leiser stören das war knapp genau genauso stehen bleiben ich meine es ist nicht schlecht um erfahrungspunkte zu farmen ich weiß bloß nicht wo die letzten eier sein soll hm ja ich laufe einfach ein bisschen durch wenn ich was sehe baller ich drauf wd da zum beispiel ja ok jetzt wird es doch so etwas zu viel gewicht sie kann auch was tragen ok und dann hoffe ich mal dass es das jetzt war sogar ein teleporter so ihr dürft auch mal was tun ach war es doch schon meno ich dachte ich könnte hier irgendwo noch coole wege öffnen ja aber so wie es aussieht haben wir jetzt diesen teil auch geschafft ja außer das hier weil alles andere sieht nicht so aus als ob hier irgendwo ein secret versteckt wäre wir haben also die neue das nördliche reich fast geklirrt ich kann jetzt sogar mit dem ding die nester killen okay ich kann sie nicht mehr nachladen äh eh blödsinn blödsinn ok 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 äh, wo war mein letzter Quickload? okay merke, Waffe nicht leer gehen lassen wow, merke auch nicht in den Gegner rein rennen und die haben jetzt das Spiel mal wieder abgestürzt, für die, die es interessieren so hm höchstenswert dafür, jetzt die Framedrate etwas besser zu laufen so okay ich hab jetzt grad nochmal einen neuen Schwab von Gegnern aktiviert dadurch, dass ich wohl den letzten Gegner hier befreit habe ja so ist gut einer nach dem anderen ausstellen ich schieße euch alle um den Haufen wow du kommst auch dran mach dir keine Sorgen und so, da kommt die Grabe jetzt schon wieder her ich hab dich nicht eingeladen wir haben für dich blödes Vieh verschwende ich keinen Schuss so, ich mach mal ganz schnell den Autosave und fülle mich wieder auf auf nehm wieder meine Doom Weapon in die Hand und werde weiter töten oder auch nicht, weil ich zu blöd zum Zielen bin edge okay das war Turn Undead wie auch immer ich das aus das war schon ein bisschen knapp fliegender Bastard verschwinde ich warne dich, ich kann lasern wenn mir jetzt gerade erst ein dass ich das sagen kann ein richtiger Todeslaser ein richtiger Todeslaser wird dich töten ich auch sehr gut so will noch jemanden hier auf der seite ein elementar umspucken das kann von mir aus da bleiben also ein um goliath wächter oder wie sie noch mal heißen ja und auf der seite ist nichts mehr gut ich habe vergessen füllen wir das ding nach verschwinden aus dem untergrund so was sagt jetzt der text fallen relics unter maschinas haben wir auch noch nicht we have found a power gem damit können wir den dings zerstören wir haben die agent weapon damit können wir sachen leichter töten und was steht beim schwert ich kann ich mal hierhin packen die bücherecke hatten wir noch nicht da machen wir eine auf für bücher und schlüssel die wir nicht mehr brauchen ja das kann man weg den da müssen wir auf jeden fall behalten so was kann hier weg das necklace das essen knochenecke ist da drüben so die gehört eigentlich hier rein wobei wir haben zwei jetzt davon stimmt so was hat das jetzt das hat der tech power 32 ist aber speed mäßig sehr langsam verschießt allerdings jetzt bolzen wenn ich das richtig sehe ja okay das heißt sie bleibt auch erstmal hier äh bombe können wir hier ablegen ja ob ich die tecker noch brauche ist die andere sache aber ich glaube tecker erreiche ich niemals irgendeinen hohen wert mehr das noch dahin den stab können wir auch aussondern ich könnte hier fast hier das schild in die hand geben snap caster schielt und stuff defense schild ist das jetzt geworden ja von mir aus egal nö die waffe die hebe ich mir glaube ich für stärkere gegner auf wobei jetzt wahrscheinlich nur noch starke gegner kommen ach ja ich wollte in den teleporter hüpfen speichern und einen cut machen also bis zum nächsten mal mal sehen was wird dann da werden wir wahrscheinlich die änderletze abschließen und dann shadow light divide also bis dann